Hi! Weißt du schon, was du später mal machen willst? Nein? Dann komm mal mit! In der Kreisverwaltung Coesfeld bist du nicht nur einfach im Büro, du kommst in vielen Bereichen zum Einsatz. Egal, ob du im Jugendamt ein besseres Familienleben ermöglichst, dich im Bauamt um die baulichen Anliegen der Bürger kümmerst oder die berufliche Vielfalt im Außendienst kennenlernst. Auch im vermessungstechnischen Dienst bist du an verschiedenen Standorten unterwegs und vermisst Gebäude, Grundstücke und Straßen. Oder du verstärkst unsere IT-Abteilung, indem du Programme schreibst, um die Arbeit zu erleichtern oder Computerprobleme behebst, aber nicht nur in unseren Kreishäusern, sondern auch in den kreiseigenen Schulen, Kulturzentren oder anderen Nebenstellen. Und wenn dir das handwerkliche Arbeiten an der frischen Luft besser gefällt, dann unterstützt unsere Mitarbeiter vom Bauhof, zum Beispiel beim Instandhalten und Räumen der Straßen. All das auch schon in der Ausbildung bei flexiblen Arbeitszeiten, sicherem Arbeitsplatz und geregeltem Einkommen. Und denk immer daran, es ist deine Chance. Für weitere Informationen besuch uns auf www.ausbildung.kreis-großfeld.de